Und dafür gibt es auch noch andere Zeugen. Wir haben das erste Buch der geistlichen Gaben und auch den großen Kampf. Und in beiden dieser Zeugnisse gehen das Papsttum und der Protestantismus nicht zusammen. Sie werden nicht eins. Außerdem haben wir den Beginn unserer Linie angeschaut, nämlich zehn Jahre vor 1989, also 1979. Wir wissen, dass diese Zeitperiode dazu da war, uns zu warnen. Wir sehen unter anderem das Aufstehen der Moral Majority. Aber wir sehen auch Papst Johannes Paul, der zum ersten Mal die USA besucht. Sowohl das Papsttum als auch der Protestantismus bilden während dieser zehn Jahre eine Beziehung auf zu Reagan. Aber sie arbeiten nicht in einer Partnerschaft zusammen. Bei unserem Mitternachtswuf 2018. Bei unserem Mitternachtswuf 2018. Die Reihe der Studien in Arkansas waren am Anfang und am Ende von dem Studium über das Papsttum eingerahmt. Das Format dieses Studium war die Mutter, dann die Töchter und dann die Mutter. Und diese Studien über die Mutter und die Töchter waren voneinander getrennte Studien. Sie überlappten nicht miteinander. Ich hoffe, wir können sehen, dass das Papsttum unabhängig seine eigene Arbeit vollbringt. Und da es ja eine Fälschung ist oder ein Raub, versucht Satan die Kinder Gottes von der Welt zu stehlen. Und um das zu machen, studieren wir die Linie der Tempeldiener und vergleichen sie mit der Linie der Priester. Wir wissen, dass es die gleiche Struktur der Hand Gottes ist. Fünf Wegmarken mit vier Lücken dazwischen. A hand that can reach into a group of people and pull them out. Eine Hand, die in eine Gruppe von Menschen fassen kann und sie herausziehen kann. And in the same way that a group is pulled out of the mountain, we have a group of people that are threshed out of the statue in Daniel 2. Und auf die gleiche Art und Weise, wie eine Gruppe von Menschen aus dem Berg herausgezogen wird, wird auch eine Gruppe von Menschen aus der Statue von Daniel 2 herausgedroschen. Ich habe die Linien hier schon auf beide, die Daten hier schon auf beide Linien gezeichnet, denn ich hoffe, wir alle kennen mittlerweile die Daten. Vielleicht sind wir aber noch nicht so vertraut mit diesen zehn Jahren der Warnung für die Tempeldiener. 1979 hatten wir einige Ereignisse, die die Priester aufwecken sollten. Und zehn Jahre vor 2014 haben wir einen Film von Michael Moore gesehen. Wir sehen also, dass die Tempeldiener die gleiche Struktur haben wie die Priester, nämlich die Zunahme an Erkenntnis und die Formulierung. Ich habe es so parallel miteinander gestellt, dass wir sehen können, dass diese Daten parallel zu 1989, 1991 und 96 sind. Aber ich habe auch diese diagonalen Linien hier gezeichnet, weil sie auch parallel dazu sind, denn die Daten sind die gleichen. Während wir unsere Botschaft, unseren Mitternachtsruf erhalten, Im September, Oktober 2018 im Besonderen. Da passierte das Gleiche für die Tempeldiener in den gleichen Monaten. Sie erhielten eine wahre Botschaft und eine alternative Botschaft. Fahrenheit 11.9 kam zu dieser Zeit heraus. Und gleichzeitig gab es auch die Trump-Prophezeiung. Dies hier, also Fahrenheit 11.9 half den Tempeldienern, die Wahrheit zu verstehen. Und genauso wie wir, beziehungsweise alle Gruppen, hatten sie Zugang zu den zwei Strömen, nämlich CNN und Fox. Das ist der Aufstieg einer neuen Bewegung. Und das ist auch der Beginn einer Bewegung. Diese Bewegung hatte einen Botschafter, genauso wie wir einen Botschafter hatten. Eine andere Sache, die durch die Bewegung hervorkam, war AOC. Die Bewegung war erfolgreich, indem sie AOC an ihren Platz gebracht hatte. Alexandria Ocasio-Cortez wurde 2018 gewählt. Und sowohl Michael Moore als auch AOC kann man an 1989 festmachen. Michael Moore als auch der erste Film wurde 1989 produziert. Und AOC wurde 1989 geboren. Diese beiden Personen haben die 144.000 beeinflusst und deswegen kann man das mit 1989 in Verbindung stellen. Diese Bewegung hier unter Michael Moore ist die Arbeit von Gott. Although Michael Moore ist a Catholic, this is God's work to draw out Nephanies. Obwohl Michael Moore ein Katholik ist, ist das trotzdem Gottes Arbeit mit den Tempeldienern. Aber es gibt da Grenzen bei Michael Moore und die schauen wir uns gleich an. Weil das Gottes Bewegung ist, war auch Michael Moore's prophetische Botschaft richtig. Richtig genug für seine Dispensation, der erste Teil dieser Linie. In 2016 hatte die Bewegung eine Botschaft über die Könige in Daniel 11. Da gab es eine Botschaft über Präsident Bush Senior. Und in diesem Film, Fahrenheit 9-11, Michael Moore labels Bush als Mörder und nicht legitimen Präsidenten dargestellt. His message about President Bush was correct. Seine Botschaft über Präsident Bush war richtig. I'm just going to swap translators. I can't hear. Ich werde die Übersetzer wechseln. In 2018 hatten wir die Botschaft, dass Donald Trump Hitler darstellte. Und in Fahrenheit 11. Und in Fahrenheit 11.9, that is exactly what Michael Moore is saying. Und in Fahrenheit 11.9 hat genau das auch Michael Moore gesagt. His message is correct. Seine Botschaft ist also richtig. In Fahrenheit 11.9, Michael Moore says that the Flint crisis in 2014, that that year was a turning point that would lead to trouble. In Fahrenheit 11.9 sagte Michael Moore, dass die Flint-Krise von 2014 ein Wendepunkt war. And that's a correct message. We know that that year is a turning point. Wir wissen, dass dieses Jahr ein Wendepunkt war. Michael Moore also identifies the significance of the date November 9. Und er hat eine Botschaft über Gleichberechtigung. Aber wir wissen, auf unserer Linie, so wie wir vorhin schon betrachtet hatten, gibt es einen Wechsel der Leiterschaft. Wir haben also erkannt, dass auch auf dieser Linie an der mittleren Wegmarke eine Wechsel der Leiterschaft stattfindet. Und das ist 2021. Michael Moore could only take the movement so far before a new reformer was required. Michael Moore konnte die Bewegung nur so weit bringen, bis ein neuer Reformator gebraucht wurde. In unserer Geschichte mussten wir die Botschaft des ersten Engels annehmen, damit wir aus der Botschaft des zweiten Engels Nutzen ziehen konnten. In dieser Periode musste ein Priester Ältesten Jeff vertrauen. Diese Formulierung der Botschaft für die Tempeldiener ist das gleiche wie die Formulierung der Botschaft 1996 für die Priester, die Zeit des Engels Magazins. Wir wissen, dass man den ersten Botschafter akzeptieren muss, um den zweiten Botschafter dann annehmen zu können. So we have Michael Moore working for God, for the Nephynims. Wir haben also Michael Moore, der für Gott, für die Tempeldiener arbeitet. Wir haben hier den falschen Strom, nämlich dieser Film, Trump of Prophecy, wurde von Jerry Falwell Jr. produziert. They said, they said, they didn't say that Trump was Hitler, they said that Trump is Cyrus. Sie sagten nicht, dass Trump Hitler ist, sondern dass Trump Cyrus ist. So we see Jerry Falwell Sr. hier placing Reagan, and we see Jerry Falwell Jr. placing Donald Trump. Wir sehen hier oben, wie Jerry Falwell Sr. Reagan platziert hat, und hier unten Jerry Falwell Jr. Trump platziert hat. Ich möchte jetzt die Bewegung von Steve Bannon betrachten. Wir haben eine Reihe an republikanischen Stimmen hier in dieser Geschichte. Bis 2009. In 2009, we see the rise of the Tea Party. 2009 sehen wir den Aufstieg der Tea Party. And all of this is the false stream for the Nephynims in this time period. Und all das war der falsche Strom für die Tempeldiener in dieser Zeitperiode. When we get to 2012, 2013, we see Bannon, Miller and Jeff Sessions working together. Als wir zu 2012, 2014 kamen, sahen wir Bannon, Miller und Jeff Sessions, die zusammengearbeitet hatten. Just as Flint was a turning point, we also see 2014 the beginning of the overthrow of the Republican Party. Genauso wie Flint ein Wendepunkt war, sehen wir auch 2014, wie die republikanische Partei überworfen wird. Diese falsche Bewegung beginnt zu versuchen, die republikanische Partei extremer und weniger moderat zu machen. Das hier 2014 ist also ein Wendepunkt für die republikanische Partei. Etwas anderes, das wir 2014 markieren können, ist, dass Bannon eine Rede vor dem Vatikan hält. Die eine Bewegung bringt die Wahl von AOC hervor, die andere Bewegung bringt die Wahl von Donald Trump hervor. Und 2019 dann sehen wir, wie das Land sich spaltet in Bezug auf die Amtsenthebung von Donald Trump. Was also 2014 begann, davon sieht man die Früchte in 2019. Wir haben ein paar Schlüsselfiguren, die wir bereits besprochen haben und hier auf die Tafel schreiben. Und wir haben heute auch schon über Papst Franziskus gesprochen. Was haben all diese Individuen gemeinsam? Wir wissen, dass Jerry Falwell Junior und Senior religiös sind. Das ist also ein Religionskampf. Auch beim Papst Franziskus geht es um ein religiöses Thema. Michael Moore wurde von Sean Hannity interviewt und dort hatten sie ein Gespräch über ihre verschiedenen Ideologien. Ein Streitgespräch. Und Michael Moore hat ganz klar gesagt, dass das ein religiöses Thema für ihn ist. Es ist sein Wunsch, Jesus zu folgen, der ihn führt. So für Michael Moore ist das also eine religiöse Mission, die er durchführt. Es ist nicht nur politisch. Für Steve Bannon, er ist auch ein Katholik. Just like Michael Moore, Steve Bannon ist auch ein Filmemacher. So wie Michael Moore ist auch Steve Bannon ein Filmemacher. In seinen Filmen kann man über seine Ideologie erfahren. Eines seiner Hauptargumente ist, dass es immer die Christenheit war, die das große Böse der Welt bekämpft hatte. Es ist der judeo-christliche Westen, der kommt und einen errettet vor dem Kommunismus. Und auch heute ist es der judeo-christliche Westen, der die Welt vor der säkularen Unmoralen rettet. Und es ist auch die Aufgabe des jüdisch-christlichen Westens, den Aufstieg des Islam zu bekämpfen. This film, Torchbearer, is very much about Christian ideology and how it saves the world. Es geht ihm ganz stark über die christliche Ideologie und wie diese die Welt rettet. So Steve Bannon is also religious. Steve Bannon ist also auch religiös. Und wir können auch uns hier platzieren. Wir sind auch eine religiöse Bewegung. All right. So once in our line up here, we see once we have the turning point and a change of leadership. Wenn wir hier in unserer Linie den Wendepunkt haben und den Wechsel in der Leiterschaft. The fight that goes on this side is different to the fight that's been going on here. Der Kampf, der sich nach 2014 entwickelt, ist anders als der Kampf, der vor 2014 standfand. Back here there's a fight between the movement and the Adventist conference structure. Damals gab es einen Kampf zwischen der Bewegung und der Adventgemeinde, der Konferenz. But as we spoke about this morning, during this time we see disciples of Elder Jeff and Disciples of Elder Parminder in disagreement. Aber wie schon heute Morgen angesprochen, sehen wir auf der anderen Seite, also nach 2014, den Streit zwischen den Jüngern von Ältesten Parminder und den Jüngern von Ältesten Jeff. There's no longer any use here to be fighting the conference structure. That argument has been passed, is finished by now. Der Streit nach 2014 mit der Adventgemeinde ist beendet und hat auch keinen Nutzen mehr. So when in this first half of this history we see Michael Moore's movement fighting against the movement of Steve Bannon Also in der ersten Hälfte dieser Geschichte von den Tempeldienern streitet Michael Moore mit den Nachfolgern von Steve Bannon. That kind of fight has already been and gone. We have a different fight now. Aber wenn man dann zur zweiten Hälfte kommt, dann ist dieser Streit beendet und wir haben jetzt einen anderen Streit. Wir haben hier einen zweiten Botschafter, weil wir wissen, es gibt hier einen Wechsel in der Leidenschaft. Und wer immer dieser Leiter ist, ist die Person oder das Volk, das hier hinten den lauten Ruf gibt. Also der zweite Botschafter in dieser Geschichte kann niemand anders sein als wir, weil wir den lauten Ruf geben. So we will mark Michael Moore hier. Wir markieren also Michael Moore hier. And the movement. Und unsere Bewegung dort. It transitions to the second. Das ist also der Übergang zum zweiten. Wenn wir in dieser Geschichte schauen, sehen wir, dass die Rolle des zweiten Botschafters dazu da ist, den ersten Botschafter zu korrigieren. In der Linie des alten Israels, sehen wir, dass Jesus Christ die Fehler von Johannes dem Täufer korrigiert. In der Linie der Milleriten sehen wir, dass Snow die Fehler von Miller korrigiert. In der Linie der Fälschung, sehen wir, dass Papst Franziskus die Fehler von Papst Benedikt korrigiert. A proper reform was going to be done by Pope Francis, because he could understand exactly what kind of work that was required for the church. Papst Franziskus hat dann die wirkliche Reform durchgeführt, weil er verstanden hat, was die Kirche wirklich brauchte. Just as for the priests here, they were required to trust in Elder Jeff here at the beginning. Die Priester mussten in Ältesten Jeff vertrauen, hier am Anfang. If you keep following Elder Jeff in this time period, you'll fall off the path into the wicked world below. Wenn man aber dann in der zweiten Zeitperiode weiter Ältesten Jeff folgt, dann fällt man vom Weg ab in die böse Welt nach unten. And the same is true in this history. At the beginning, you must trust Michael Moore. Und das Gleiche ist wahr in dieser Geschichte. Am Anfang muss man Michael Moore vertrauen. Aber in der zweiten Hälfte, wenn die Leidenschaft wechselt, wenn man dann weiter Michael Moore folgt, dann fällt man vom Pfad ab. So we have a message of radical feminism. Wir haben also eine Botschaft über den radikalen Feminismus. The movement has made its position clear on the issue of abortion. Die Bewegung hat ihre Haltung klar ausgedrückt zum Thema der Abtreibung. On the women's rights. Über die Frauenrechte. And equality. Über Gleichheit, Gleichberechtigung. What is Michael Moore's message and how good does that sound? Was ist die Botschaft von Michael Moore und wie gut klingt sie? I want to read you a quote. It's quote three for the translators. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. This was written in 2022 on the 4th of July. Das wurde am 4. Juli 2022 geschrieben. Michael Moore wrote a manifesto. Michael Moore hat ein Manifest geschrieben. Er war wütend. Quoting. Until women's rights have been fully reinstated and their equal rights are enshrined in our constitution, now that the required 38 states have passed the Equal Rights Amendment, I will not shut up about this. If you invite me to dinner, that's all I'm going to talk about. Have me over to your party and it's going to be dobs, dobs and more dobs. And I won't stop until Roe is reinstated and 51% of Congress is female. Solange die Rechte der Frauen nicht vollständig wiederhergestellt sind und ihre Gleichberechtigung in unserer Verfassung verankert ist, jetzt, da die erforderlichen 38 Staaten den Gleichberechtigungszusatz verabschiedet haben, werde ich zu diesem Thema nicht schweigen. Wenn sie mich zum Essen einladen, ist das alles, worüber ich reden werde. Wenn sie mich zu ihrer Party einladen, wird es heißen, dobs, dobs und noch mehr dobs und ich werde nicht aufhören, bis Roe wieder in Kraft gesetzt ist und 51% des Kongresses weiblich sind. Ich frage mich, wie viele von uns automatisch wissen, was dobs ist. Das war die Aufhebung der Abtreibungsrechte in den Vereinigten Staaten. Und ich frage mich, wie viele von uns Leidenschaftlich sind bei diesem Thema, aber hier sehen wir, dass der Botschafter Probleme damit hat, diese Dinge zu sagen, aber es hört sich so gut an. So what's the problem? Was ist also das Problem? Eines der Probleme mit dieser Bewegung, nämlich von Michael Moore und AOC ist, dass sie nicht wirklich die Geschlechtergleichberechtigung verstehen. Wenn AOC so aussehen würde, wie Michael Moore aussieht, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie den Respekt ihrer Bewegung bekommen würde. Es gibt noch ein weiteres Problem. Ich werde ein paar Zitate von dem Studium von Ältesten Tests zitieren. Diese Präsentation und alle Zitate von Ältesten Tests stammen aus Präsentationen, die in Uganda 2020 gegeben wurden. So if you would like to study this more in depth, I would direct you to go to those studies to find out more. Wenn ihr das tiefer studieren möchtet, würde ich euch empfehlen, zu diesen Studien zu gehen, um noch mehr herauszufinden. Und in diesen Studien hat sie über die Probleme mit Michael Moore gesprochen. Es ist nicht nur, dass er den Feminismus nicht richtig versteht, sondern es gibt noch mehr. So I will read the, I will read Quote 4 now. Michael Moore, what does he think the kingdom would look like? Because he's driving for some type of kingdom. He has some idea of what he wants the world to look like. And he's trying to drive this through till he structures the United States and then the world after a certain model. You could call that the nature of the kingdom. So I want to know what he thinks the nature of the kingdom is, because when we understand what he thinks the nature of the kingdom is, we know where he's wrong. When Michael Moore sets up his kingdom, what they're trying to set up is a utopian society that's completely secular. And where is it? It's on this earth. And as long as it's on this earth, do you need to give people any requirements about what they can wear, what they can eat, what religion they practice, what day they worship? Is there any requirement of religion or reform? So the answer will be no. Michael Moore, wie sieht seiner Meinung nach das Königreich aus? Denn er strebt nach einer Art von Königreich. Er hat eine Vorstellung davon, wie die Welt seiner Meinung nach aussehen soll. Und er versucht, dies durchzusetzen, bis er die Vereinigten Staaten und dann die Welt nach einem bestimmten Modell strukturiert hat. Man könnte das die Natur des Reiches nennen. Ich möchte also wissen, was er für die Natur des Reiches Gottes hält. Denn wenn wir verstehen, was er für die Natur des Reiches Gottes hält, wissen wir, wo er sich irrt. Wenn Michael Moore sein Reich aufbaut, versucht er, eine utopische Gesellschaft zu errichten, die völlig säkular ist. Und wo ist sie? Sie ist auf dieser Erde. Und solange sie auf dieser Erde ist, müssen wir den Menschen Vorschriften darüber machen, was sie tragen dürfen, was sie essen dürfen, welche Religion sie ausüben, an welchem Tag sie ihre Gottesdienste abhalten. Gibt es irgendwelche Anforderungen durch die Religion oder die Reform? Und die Antwort wäre nein. So there are more requirements than Michael Moore would be putting upon people. Da gibt es mehr Anforderungen als die, die Michael Moore den Leuten darauf erlegt. Und diese Anforderungen klingen konservativ. Für die Tempel-Diener wäre unsere Botschaft eine konservative. Wir haben eine Botschaft von Eden nach Eden. Und ich lese ein weiteres Zitat. This is Elder Tess speaking. Hier spricht Älteste Tess. From Eden to Eden, what did this teach us? When it comes to gender equality, a woman can be equal, an Elder. Then you do another line of progression and you say, in Eden, we were vegan. And how many liberals does that make happy? That is a conservative position, by the way. So are we conservatives or liberals? One here and one here. The same line that taught us that women are equal taught us that we should all be good vegans, health reformers, that's not a position that liberals in the church hold to. Von Eden to Eden, was haben wir daraus gelernt? Wenn es um die Gleichstellung der Geschlechter geht, kann eine Frau gleichberechtigt sein, eine Älteste? Dann machen wir eine weitere Linie von Fortschritten und sagen, in Eden waren wir Veganer. Wie viele Liberale würde das glücklich machen? Das ist übrigens eine konservative Position. sind wir also konservativ oder liberal? Einer ist hier und einer ist dort. Also einer Eden, einmal Eden und einmal vegan. Dieselbe Linie, die uns lehrte, dass Frauen gleichberechtigt sind, lehrte uns, dass wir alle gute Veganer und Gesundheitsreformer sein sollten. Das ist keine Position, die die Liberalen in der Kirche vertreten. Also von Vegan zu Vegan hier ist ein Symbol, an das wir festhalten. Für Konservative ist das eine herausfordernde Botschaft von Eden nach Eden, nämlich zur Gleichberechtigung. Aber für Liberale ist das hier unten eine herausfordernde Botschaft der Reformen. Haben wir Beweise dafür in anderen Linien? Ja, das haben wir. Wir schauen uns kurz an, was die Mellariten für die Welt hatten. The Mellarites is the Alpha and we're the Omega. Die Mellariten sind Alpha und wir sind Omega. So I'll put Mellarites here first. Ich schreibe hier die Mellariten hin zuerst. Und ihre Botschaft an die Welt 1850. Sie hatten eine Botschaft über die Sklaverei. Aber war das alles, was sie der Welt gaben 1850? Was hatten sie damals noch? They had a chart. Sie hatten die Chart. This chart was for their work in the world. diese Karte war für ihre Arbeit an der Welt. And you won't see slavery on that chart. Und man will aber man wird aber nicht die Sklaverei auf dieser Karte sehen. What you see is information about beasts. man sieht man sieht man sieht auf der Karte stattdessen Informationen über Tiere über die Wehe time über die Zeit and more and more and some people could complain that it's too much to learn too hard. They had a message on Sabbath and keeping the seventh day. Sie hatten auch eine Botschaft über den Sabbat nämlich den siebten Tag zu halten. Man konnte nicht nur ein Sklavenhalter Gegner sein aber den siebten Tag ignorieren und trotzdem Teil der Bewegung sein. Ihre Botschaft war also progressiv aber auch konservativ. So with us und bei uns in line upon line wenn wir Linie auf Linie machen if we have a message about gender equality wenn wir hier die Botschaft der Gleichberechtigung der Geschlechter haben is that enough for the world ist das genug für die Welt what about all the lines that we have was ist mit all den Linien die wir haben when we look at the lines we see lots of information to learn wenn wir auf die Linien schauen sehen wir viele Informationen die wir lernen müssen erster Weltkrieg zweiter Weltkrieg Apostelgeschichte 27 Pyros Ich könnte immer weiter machen das alte Israel Manche könnten sich beschweren dass das zu viel Arbeit ist und dass sie nicht bereit sind sich so anzuschrechen wie sehr schätzen sie diesen Schatz der hierzu und hier unten schreibe ich das Gelübde hin in den Gelübden haben wir auch die Reformen was man tragen soll was man nicht tragen soll Make-up Jewelry Food Make-up Schmuck Essen Entertainment Unterhaltung Dinge die für liberale Tempeldiener sehr unbeliebt wären Ich werde darüber ein Zitat lesen Ich werde darüber ein Ich werde darüber ein Zitat Ich werde ein Zitat lesen use Millerite History as an example All of their prophetic understanding that opened up from 1798 to October 22 1844 were the same things that were put on the 1850 chart and sent to the world At the same time the external issue is slavery those who were wrong about slavery left the movement and lost their salvation When we understand the nature of the kingdom that it's a spiritual kingdom that it's a kingdom in heaven then there starts to be a list of requirements to get there Können aufgenommen and in the world Wenn wir zum lauten Ruf kommen dann können es zwei unterschiedliche Gruppen sein One would like an earthly utopia The other one would like a heavenly utopia This one the true side understands equality properly The wahre Seite versteht die Gleichberechtigung richtig Radical Feminism den radikalen Feminismus And this side has problems fully understanding equality Und die andere Seite hat Probleme damit die Gleichberechtigung vollkommen zu verstehen So what this shows is that there is more to our message than just equality was das zeigt ist dass es mehr an unserer Botschaft gibt als nur die Gleichberechtigung if it's only equality this is suitable to a kingdom on earth Dinge wie die Verbindung zwischen Verstand, Körper und Geist. Wie deine Ernährung auch deine geistliche Gesundheit beeinflusst. Wie Bewegung auch deine geistliche Gesundheit beeinflusst. Die Anbetung an den wahren Anbetungstag. Und wir haben auch die Anforderung an die Taufe und an den Zehnten. Das sind Dinge, die relevant sind für das Königreich, das im Himmel ist. So Michael Moore ist religiös, yes, but he believes in a secular socialist society. Michael Moore ist also religiös, das ja, aber er glaubt an eine säkulare Gesellschaft. Wir sind religiös, aber wir glauben an das himmlische Königreich. Wir sehen hier also ein bisschen konservativ aus. Wir sind also unbeliebt und es sieht nicht für jeden so attraktiv aus. Wenn wir zu liberal sind, dann wird uns vorgeworfen, dass wir Sozialisten sind. Aber für Liberale sieht das zu religiös aus, zu konservativ. Und all das ist wegen der Geografie, auf die wir zusteuern. Ich habe am Anfang ein Bild von zwei Inseln beschrieben. Die Bewegung von Bannon wäre auf der einen Insel. Die Bewegung von Moore wäre auf der anderen Insel. Aber beide Inseln sind nur irdische Inseln für uns. Das Problem bei Johannes dem Täufer war auch die Geografie. Er freute sich auf ein irdisches Königreich. Und das war ein Fehler, den Jesus Christus korrigieren musste. Und Jesus sollte nicht nur diese Botschaft geben, sondern er selbst wurde auch genau auf dieser Botschaft getestet. Er wurde geprüft, ob er ein irdisches Königreich oder ein himmlisches Königreich wollte. Ich lese ein weiteres Zitat. So in The Third Temptation, Satan offers Jesus the kingdoms of this world. What is Satan offering him? A utopian socialist society where there is no requirements or reforms. He's got it wrong geographically. Where does Jesus say his kingdom is? In heaven. Satan is saying, I'll give you a kingdom on earth. I'll give you a kingdom where you're going to be this political movement with secular power. Where people have none of these troublesome requirements or reforms. He's saying kingdoms of this world, if we take that concept. In der dritten Versuchung bietet Satan Jesus also die Reiche dieser Welt an. Was bietet Satan ihm an? Eine utopische, sozialistische Gesellschaft, in der es keine Anforderungen oder Reformen gibt. Er hat sich geografisch geirrt. Wo, sagt Jesus, ist sein Reich? Im Himmel. Satan sagt, ich gebe euch ein Königreich auf Erden. Ich werde dir ein Reich geben, in dem du diese politische Bewegung mit weltlicher Macht sein wirst. Wo die Menschen keine dieser lästigen Anforderungen oder Reformen haben. Er sagt, Reiche dieser Welt, wenn wir diesen Begriff nehmen. Also, Reiche dieser Welt. So, I want to have another look now at another word. Ich möchte noch ein anderes Wort betrachten. Dystopia. It's the opposite of Utopia. Nämlich die Dystopie. Das ist das Gegenteil von der Utopie. It means bad place. Und das bedeutet ein schlechter Ort. I'll read you a quote about dystopia from Wikipedia. Ich lese ein Zitat über dystopie von Wikipedia. The translators should be in the chat group provided today. Dystopian societies appear in many fictional works and artistic representation, particularly in stories set in the future. Famous examples include George Orwell's 1984, Aldous Huxley's Brave New World and Ray Bradbury's Fahrenheit 451. Hystopische Gesellschaften kommen in vielen fiktionalen Werken und künstlerischen Darstellungen vor, insbesondere in Geschichten, die in der Zukunft spielen. Berühmte Beispiele sind George Orwell's 1984, Aldous Huxley's Brave New World und Ray Bradbury's Fahrenheit 451. Was meint Michael Moore, wenn er seine Filme Fahrenheit 9-11 und Fahrenheit 11-9 benennt? Wenn ihr neugierig seid, warum es Fahrenheit heißt? The original book was about books being banned and this is the burning temperature of paper, at least what the author thought. Das ursprüngliche Buch war, dass die Bücher verbrannt wurden und das hier war das ursprüngliche Buch. Das ist ein dystopisches Buch über einen sehr schlimmen Ort, an den wir nicht hingehen wollen. How do you get people to vote and to take political action? Bringt man das Volk dazu zu wählen und politisch dich einzubringen? Was ist dann effektiver, ihnen eine Vision davon zu zeigen, wo man hingehen möchte oder die Furcht davor, wo man nicht hingehen möchte? Es ist viel effektiver, den Leuten zu zeigen, das, wovor sie Angst haben und sie zu motivieren aus Angst. Wenn Michael Moore seine Filme Fahrenheit 11-9 und 9-11 nennt, dann versucht er, den Leuten damit Angst zu machen. Denn das ist eine sehr effektive Art und Weise, die Leute dazu zu bringen, sich zu bewegen, etwas zu tun. Wenn man sie nicht dazu bringt, sich zu bewegen, dann bringt man sie auch nicht dazu, wählen zu gehen und die Dinge zu verändern. Und das ist eine effektive Art und Weise, die Leute dazu zu bringen. Kürzlich habe ich eine Nachricht in dem Twitter-Beitrag von Michael Moore gesehen. Ich denke, es war während der Zeit des Gerichtsurteils von Dobbs, während dieser Füße herausgegeben wurde. Und diese Person dankte Michael Moore für seinen Film Fahrenheit 9-11, weil er ihre politische Haltung verändert hatte. Sie sagte, dass sie ins Kino ging als Republikanerin und wieder hinausging als Demokratin. Und dieser Film, beide Filme zeigen, was man nicht möchte, dass passiert. Es ist ein erschreckender Gedanke, wenn Trump dieses Land übernehmen würde. Das wurde in dem Film rübergebracht. Und auf die gleiche Art und Weise in den Filmen von Steve Bannon, Da hat er sehr viel emotionales Inhalte gebracht. Über die Bedrohung der Gesellschaft durch den Islam, durch Kommunisten und durch andere Dinge. Es ist eine dystopische Darstellung, wie sich 9-11 durch radikale Islamisten wiederholt. Er möchte, dass die Zuschauer Angst haben vor dieser Richtung, in der die Gesellschaft geht. Wir sehen hier, wie diese Bewegungen die Idee der Utopie und der Dystopie benutzen. Aber in all ihrer Arbeit verstehen sie nicht die Natur des Königreichs. Die einzige Gruppe, die wirklich die wahre Natur des Königreichs versteht, ist unsere Bewegung. Um ein geistliches Wissen zu haben, muss man auch geistlich sehen können. Und deswegen dürfen wir die Linien nicht ignorieren, die dazu da sind, uns die Wahrheit zu zeigen. Es reicht nicht aus, nur die Nachrichten zu schauen und dann die Gleichberechtigung zu verstehen. Die weltlichen Quellen lehren nicht die richtige Gleichberechtigung und sie lehren auch nicht die Prophetie. Die Gedanken, die ich euch von diesem Studium mitgeben möchte. Wir sind eine religiöse Bewegung, nicht eine politische Bewegung. Wir verstehen, dass die Natur des Königreichs, dass es sich im Himmel befindet und wir verstehen die Gleichberechtigung. Wir erreichen die Menschen aus der Welt, die schon liberal sind. Denn um die zweite Botschaft zu verstehen, muss ich die erste Botschaft von Michael Moore bereits annehmen. Ich sage damit aber nicht, dass ihr mit euren konservativen Bekannten es nicht versuchen solltet. Aber wir wissen, dass die Tempeldiener bereits die Botschaft von Michael Moore angenommen haben. Wenn wir mit den Tempeldienern zu tun haben, reicht es nicht nur aus, eine Botschaft über die Geschlechtergleichberechtigung zu haben. Niemand kann nur die Abkürzung gehen. Als Priester müssen wir die ganze Botschaft verstehen. Alle Komponenten inklusive den Reformen der Prophezeiung und dem Modell von Eden nach Eden. Levites bekommen keine einfache Option. Sie müssen auch alle Materialien lernen, die sie aufzunehmen müssen. Auch die Leviten bekommen keine leichtere Option. Sie müssen all das Material lernen, das auch wir lernen müssen. So gut sie es können. Der Schatz hat einen hohen Preis. Und diejenigen, die fühlen, dass er wertvoll genug ist, die werden es wert sein. So ist es also auch mit den Tempeldienern. Sie müssen die gesamte Botschaft lernen. Um die Botschaft zu lernen, müssen sie sie auch lehren. Die Lehrer sind nicht nur Experten in der Geschlechtergleichberechtigung, sondern die Lehrer werden auch die Linien und die Gelübde verstehen. Damit sie diese den Tempeldienern weiter beibringen können. At the same time we're competing against a very close counterfeit. Gleichzeitig kämpfen wir gegen eine sehr gute Fälschung. Wir sind in der Gefahr, vielleicht sogar in diese Falle zu fallen. Unsere Arbeit, die Arbeit des Protestantismus und des Papsttums, wird sehr bald beginnen. Das Papsttum hat sich neu organisiert, hat sich modernisiert und sich bereit gemacht. Damit es eine Botschaft hat, die sehr schön aussieht und modern und unserer ähnelt. Aber wir sind in der Gefahr, uns zu sicher zu fühlen und in der Denkweise der Moral Majority zu denken. Aber kurz vor dem Sonntagsgesetz ist eine schlimme Zeit, wenn man sich ausruhen kann und sicher fühlt. Wir müssen mit zwei Vorstellungen gleichzeitig umgehen können. Sind wir liberal oder sind wir konservativ? Wenn Ellen White eine Haltung hatte zur Kleiderreform für Frauen, dann könnten wir sagen, dass ihr Kleidungsstil konservativ war. Aber wenn man es mit der Kleidung vergleicht, die damals getragen wurde, war sie sehr progressiv. Denn es ist besser für Frauen, keine Korsetts zu tragen. Und sie hatte die Frauen ermutigt, für sich selbst zu denken. War also Ellen White liberal oder konservativ? In some ways, she was both. Auf die ein oder andere Weise war sie beides. Lass du uns also nicht all die Dinge wegwerfen, die uns vom Papsttum unterscheiden. Die Dinge, die uns von Michael Moore und seiner Bewegung unterscheiden. Weil das ist genau das, was die Tempeldiener von uns benötigen werden. Ich hoffe, wir sind alle ermutigt durch dieses Studium. Wir sollten daran denken, dass wenn Satan uns nachahmt, dann ist das in Wirklichkeit ein großes Kompliment. Wir können sehen, dass wir jetzt sogar fast bis zum genauen Datum nachgeahmt werden. Du würdest nur etwas nachahmen, dass das Wahre, das Originale ist. Lass uns beten und gemeinsam niederknien. Lieber großer Gott, lieber Designer, lieber Schöpfer, Savior of your people, lieber Erretter deines Volkes, wir suchen, die Wahrheit zu verstehen. Wir danken dir, dass die Linie uns mehr zeigen können, als wir mit unseren eigenen Augen sehen können. Damit wir uns sicher bleiben. Damit wir das Wissen haben, um die Fallen und Schlingen der anderen Seite zu umgehen. Und wir bitten dich, dass du uns eine heilige Furcht gibst. Vor dieser Wichtigkeit, die wir hier tun, auf diesem Planeten. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, unseren Glauben an Christus zu bewahren. Hilf uns, diese Utopie zu lieben, die vor uns liegt. Wir bitten all diese Dinge in Jesu Namen. Amen.